Bob Marley kommt aus diesem Land. Das nächste Land für unsere Weltkarte ist die drittgrößte Insel der Karibik. Der Strand dieses Landes gehört zu den zehn schönsten Stränden der Welt. Außerdem wurden dort mehrere James-Bond-Filme gedreht. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch, aber dann muss wirklich jeder wissen, um welches Land es sich handelt. Der schnellste Mensch der Welt kommt aus diesem Land. Na, habt ihr es jetzt herausgefunden? Dann schreibt es in die Kommentare. Nun kommen wir zum entstandenen Farbton. Die Farben, die wir zum Mischen dieser Flagge benutzt haben, waren schwarz, grün und gelb. Es ist der Farbton RAL 6028, Kiefern grün. Nun malen wir das passende Land mit dem entstandenen Farbton aus. Du möchtest deine Wand zu Hause jetzt auch Wunsch streichen? Kein Problem. Besuche dafür einfach unseren Online-Shop, wähle den Color-Picker aus und such dir deinen Wunsch-Farbton aus. Den wir bis zu dir nach Hause liefern. Welches Land als nächstes?